Hallo liebe Abonnenten, heute lese ich vor 10 Verben. Ich nenne den Verb im Infinitiv, danach ich konjugiere Fusch dritte Person im Präsens, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Jäcfange ich an. Rēzēcîn, rēzēcith, 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 rēzahat rēzēcith. Zamini Jца, herzahai Reson, R&Z Beezycini. Erh-Pesit, erh-Pesas, erh-Hat-Pesesen. Dehladieck, imedi, abladadeck. Unenal, tirapeetel. Hervorheben. Erh-Hept, erh-Hob, 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 erh-Hat, erh-Hob, ge-Hob. 4. Nuts. Entgütsel, sheshtel, verhanele. Vidmen. Erh-Vidmet, erh-Vidmet, erh-Hat, ge-Vidmet. Udzeli, udzeli, aci. Basfiacic. Nuvire, zonel. Erh-Lotet, erh-Lotet, erh-Hat, erh-Lotet. Abhiazni, bai-Azni, bai-Azni, ba-Catrel, ba-Zabanel. Anfüllen. Erh-Füldt an. Erh-Füldt e an. Erh-Hat ange-Füldt. Erh-Füldt. Erh-Hu, bai-Vadz, erh-Faq. Erh-Füldt, erh-Faq. Erh-Faq, erh-Faq. Erh-Földt. Erh-Faq. Erh-Faq. Beklüß, nach, ehe, hatt nach, kelasen. Utsih hatt, utsih nuch, handa er, tullanar, tullgnell. Kelten, es gilt, es kart, es hat gegolten. Im et zhnachene, argel, nishanakutschewen u nennat. Verfugen, ehe, verkügt, ehe, verkügt, ehe, verkügtet. Er hat verfugt. Imei abladat. Tunoriner. Imei abladat.